Hi, Falki hier. Ich wollte euch auch noch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Hey, ich bin früher auch Mobbing-Opfer gewesen und war zu dieser Zeit komplett auf mich selber gestellt. Und es war alles andere als eine geile Zeit. Und hey, macht ihr nicht den gleichen Fehler, sondern macht eure Augen auf, schaut hin, was passiert und versucht euch irgendwie zu helfen.